Und zum Schluss die BuOqua Airtracks Matte. Diese Matte ist ebenfalls hochwertig verarbeitet. Die rutschfeste Oberfläche bietet eine gute Griffigkeit für Turnen, Training und athletische Sportübungen. Bei richtigem Luftdruck ist die Matte angenehm weich und verhindert ungewollte Stürze zuverlässig. Aufbau und Abbau gehen, genau wie bei den Konkurrenten, besonders schnell. Dank des benutzerfreundlichen Designs kann das Aufblasen und Entleeren in wenigen Minuten erfolgen. Mit der elektrischen Pumpe kannst du in wenigen Minuten auf dieser aufblasbaren Gymnastikmatte trainieren oder Spaß haben. Mit langlebigen Griffen ist die Luftmatte leicht zu bewegen und zu tragen. Nach dem Entleeren kann es sehr klein zusammengefaltet werden und benötigt wenig Platz zum Aufbewahren. Außer auf dem Boden als Trainingsgerät kann die Matte auch auf dem Wasser als Spielmatte verwendet werden. Zum Beispiel für Gymnastik, Kampfsport, Kunst, Cheerleading und so weiter.